Kurz vor dem deutschen Kinostart kommt James Bond-Darsteller Daniel Craig zur Deutschland-Premiere von Skyfall nach Berlin. Wie immer Gentleman-like spaziert Daniel Craig vor die Hauptstadtpresse. Offensichtlich gut gelaunt und mit einem Lächeln auf den Lippen zieht Mr. Bond den Pressetermin routiniert durch. Am Abend geht's dann noch auf den roten Teppich am Potsdamer Platz. Craig wird allerdings nicht alleine auftauchen. Auch Regisseur Sam Mendes und Bond-Girl Berenice Malo werden erwartet. Seit 50 Jahren jagt Agent 007 im Auftrag ihrer Majestät die Bösen der Welt. Daniel Craig spielt den Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten zum dritten Mal.